Heutzutage und Willkommen wir spielen also ich mache ein Projekt nämlich SkyBloaaaaaa und ja hier sieht man sich mit meinem Skin drin wie das geht in dem ähm in dem Tutorial der eigentlich vor diesen Videos entkommen sollte und ja ich spiel SkyBloak und fang direkt an gut also diese Folge wird nur kurz wie immer weil ich gleich essen will dann mache ich direkt mal Taster schon Angst gut gut jetzt guck ich glaube es wird es funktioniert ok so und ich brauche genau 3 für eine Spitzsacke und jetzt du 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 ja funktioniert ja auf die weil ich durch dessen will in dessen Euro auch nur seine Ankündigung seine Ankündigung äh äh zu einer Ankündigung Alter diese Böde Wasser gut 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 ja ich brauche mal direkt rüber mit Slabs weil man mit Slabs scheiße mit Slabs macht dann kriegt man mehr dann kann man sich besser rüber bauen ich will Glück aber eigentlich habe ich es nur abgedrückt von einem anderen Video aber es ist auch egal gut und dann mache ich mal Slabs und bange ich mal die hier ein bisschen rüber da 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 und jetzt habe ich mich schon sehr rüber sehr rüber gebaut ich sehe nichts ich bin blind da 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 schuppidi do to de da da be do Ich meine, hab ich gesagt, es war der Jaun. Aber... Doch, Mann, es hat mir das Gehleinmal gebrochen, das ist nicht? Oh, mein Gott! Sag mal, ist das gerade jetzt? Ach, egal, das war auch nur euer kleines Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch weiter. Bye! Bis zum nächsten Mal.